Ich glaube, wir haben immer die menschliche Materialien gesammelt, die wir brauchen. Aber wir können zurück zur HQ, wenn wir wollen. Beeinstimmung gefunden. Resultat Insulin. Hinweis, nicht tödliche Droge zur Diabetesbehandlung. Gut. Lieber Doc, diesmal dürfen Sie tatsächlich die Leiche bergen. Da freuen Sie sich, oder? Tatsächlich einmal wirklich die Leiche bergen, bitte. Sure. Ich sende ein Team sofort. Vielen Dank. So. Können Sie den Todeszeitpunkt bestimmen? Können Sie die Todesursache bestimmen? Oh, vielen Dank. War der Schlag auf die Stirn tödlich? Not a factor. No broken skin, no brain hemorrhaging or skull fractures. One thing though, the bruised discoloration was still forming. So the blunt force trauma occurred several hours before the time of death. Haben Sie die Abdrücke des Opfers? Here's your reference prints and DNA. Vielen Dank. Warum kroch eine Ratte aus seinem Mund? Why? You think that's a first? I had a case where an autopsy revealed baby rats gestating in the stomach. Luckily that's not the case here. Maybe mommy didn't find a suitable nesting spot inside her Vic. War unser Opfer Diabetiker? Yes, he was. This would explain why he had an insulin bottle with him at the crime scene. But diabetes had nothing to do with his death. Ich sag mal so, das ist schon ziemlich krass. So eine Leiche, die als warmen Brutplatz mit Speiseplan direkt zu missbrauchen, das hat einen gewissen Ekligkeitsfaktor. Das ist schon nicht schön. So, soviel zu Doc Robbins und seiner Arbeit. Untersuchen wir doch mal unsere Beweise derweil weiter. Ähm, hier haben wir noch die Flasche. Hopp. Okay, gut. Das heißt, das ist wirklich nicht gepanschter Insulin. Nicht gepanschtes. We've done all we can with that item. Oh, wir dürfen nicht selbst vergleichen, in welchem Stall die Larven sind, Schott. We've done all we can with that item. Gut. We've done all we can with that item. Sehr schön. Freut mich. Dann... That'll go on the trace analysis computer. Ach ja. Ja, gut. Zack. Hopp. Hier. Äh, da. Suchen. Welche Schuhmarke? Sag es uns. Ne. Ne. Oh, sehr gut. You don't quite have a match there. Little details make all the difference when you're doing a comparison. When you're sure, then ask me for confirmation. Oh, doch nicht. Wenn ich... Dann ist es... Keine... Marke hiervon. Ne. Ich wollte es ja gehen, aber es ist tatsächlich nicht die Marke. Okay. Dann ask me for confirmation. Ja, ist ja gut, jetzt. Hopp. Such mal. Ich wüsste nämlich gern, was das für Reifenabdrücke sind. Nein. Oh, ja. Ja, und welche sind das denn jetzt? Stimmen mit denen eines 80er Chevy Blazer überein. Danke, dass wir darüber informiert werden. So. Suchen. Hopp. Nö. Hopp. Ich bitte dich, das ist doch... Abreibung oder Abnutzung würden hier eigentlich schon durchgehen. Naja, okay. Wahrscheinlich unsere unbekannte Informantin, die uns über den Tatort Auskunft gab. So. Stechapfelsamen. Lecker. Analyse beendet. Substanz Stechapfelsamen. Resultat nicht tödliche Giftmenge. Was kriegt man dann, wenn das Zeug nicht tödlich ist ansonsten? Einmal einen dicken Durchfall oder was? So richtig ordentlich, schön Schiss. Okay, wir dürfen nicht nach der DNS suchen. Toll. Haben sie auch schon fertig benutzt. Auch toll. Vielleicht die Fingerabdrücke. Auch nicht. Danke. Das ist unser John Doe. Mr. Unbekannt. So, können Sie die Information auf dieser Flasche bis zum Besitzer zurückverfolgen? Trace the name on the prescription to a condo at 337 Fawn Road, Las Vegas. According to records, he lives there with his wife, one Carla Mitchell. Here's a surprise. Our victim has a local celebrity for a mother. Real estate developer Emily Hanson. Schön, dass wir nicht erfahren, wie er heißt. Kandidiert sie nicht für den Senat? One and the same. Lives at Charleston Hills, a gated community. He doesn't have my vote, but you don't need to bring that up. Gut, erstmal... Da unten hieß es nämlich jetzt, oder haben wir jetzt gerade gehört, Derek heißt der. Nur, dass er Derek Mitchell scheinbar heißt und seine Mutter nicht Mitchell mit Nachnamen heißt. Finde ich schon komisch. Bauen die gerade um? Bauen die hier überhaupt erst? Hm. Sehr komisch hier alles. Ich verstehe, dass es notwendig ist. Natürlich, natürlich. Aber du musst mich entschuldigen, wenn ich ein bisschen aus dem Fokus bin. Ich habe gar nicht angefangen, um mit Derrick zu kommen. Derrick, das ist so... ...unreal. Und wenn alles so gut geht. Er war heute nach Hause, von seinem Camping-Trip. Und ich war planen, dass er seine Lieblende für ihn lieben. Du kennst, was passiert? Wir versuchen unser Bestes, um es herauszufinden, Frau Mitchell. Stellt euch mal vor, euer Mann oder euer Partner geht auf eine Camping-Tour fünf Tage. Wird dann an dem Tag, wo er zurückkommen sollte, gefunden und ihr erfahrt, er ist die ganzen fünf Tage, die er auf einer Camping-Tour sein sollte, eigentlich schon längst tot. Das ist doch echt bitter. Besitzen sie einen Truck. Nein, ich bin nicht der Truck-Type. Wenn es hilft, weiß ich auch, dass Derrick eine Mutter hat. Ich denke, ein altes Chevy. Ho, ho, ho. Hat Ihr Mann oft alleine gezeltet? Eigentlich, ja. Er ließ, dass er zurückgepackt, einmal oder zweimal im Monat. Er nimmt einen Bus, so weit wie er gehen könnte, und geht unter Gottes großen Skye, wie er gesagt hat. Nicht, dass er religiös war, aber der Desert hat eine bestimmte Spiritualität für ihn. Ich ging niemals mit ihm. Ich kann in einer Desert-Town leben, aber ich bin eine Stadt-Gerl. Und ich mag nicht, meine Hände zu verhören. Warum haben Sie Ihren Mann zum... Oder, nee, warum... Ja, klar, warum haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Warum sind Sie nicht mit ihm losgezogen? Nein, wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Wann ist er genau gegangen? Wo waren Sie vor fünf Tagen? Macht es Ihnen etwas, wenn wir uns hier umschauen? Hatte Derek Hardy Finder... Derek Hardy? Sag mal, haben die alle einen anderen Namen? Derek war ziemlich easygoing, und ich kann nicht über... No, wait, there is one person, though enemy is a little strong. You see, our contractor quit recently, after he and Derek got into it. Name's Lou Aster, and he is one sleazy character. Frankly, much as I'd like to get our kitchen remodeling done, I'm glad that creep is out from underfoot. Where can we find this contractor? At Ravenson Construction. I even remember the address from paying his padded bills. Five three one one, Seffield Road. Sehr schön. Welche Schuhgröße haben Ihre Wanderstiefel? I don't normally wear hiking boots at all. But when I do, it would be size five. Why? We found a bootprint at the crime scene. Do you have any hiking boots we can use to rule you out? No, I told you I'm not a boot person. Are you saying that... That another woman may have been out camping with him? No, we are simply checking all possibilities. Tragen Sie roten Lippenstift? I'm wearing it right now. But my lips have natural color, so sometimes I wear a clear shade. And never red. Hat Ihr Mann jemals Stechapfel genommen? Yeah, it's one of those habits I can't break him of. Usually takes a little for use in the wilderness. Warum? I told you all I can. Was für eine Wirkung hat Stechapfel? Das müsste ich... Da würde ich mich jetzt echt gerne mal drüber informieren. Das wäre mal sehr interessant. Aber hier im Spiel erfährt man jetzt... Oh, da war Siegfried und Roy wieder. Die... Die Plakate. Das ist lange her, dass die da hingen. Gott, aus der Entfernung sieht das Gesicht aus wie das von einem Kerl. Sogar aus der Nähe sieht das Gesicht aus wie von einem Kerl. Sind Sie Emily Hansen? You know I am. And you obviously know what a bad time this is for me. I've lost my son. And I've already spent several hours with you LVPD people this morning. If you'll excuse me. We're with the crime lab, Mrs. Hansen. Investigating your son's death. As much as we hate intruding into your time of grief, we need to ask a few questions. Haben Sie etwas Ungewöhnliches, Ungewöhnliches an Ihrem Sohn bemerkt, als wir ging? Mein Sohn war willfully ungewöhnlich. Du musst spezifisch sein. Ungewöhnlich, als in ein Brüse auf seinem Vorhinein? Ich habe nichts von dieser Natur gesehen. Keine Injurie, keine Kontusten. Obwohl, wenn Derek so umgekehrt war, kann ich nicht sagen, dass ich mich überraschend bin. Bevor die pooren Verhältnisse, die er gezeigt hat. Er zurückgepackt in die Wasteland von Lohleifern und Druggien. Vielleicht fühlte Derek in diesem Trash- Drugs und Partys waren so, wie er seine College-Dage spielte. Ich habe nie begrenzt, ich bin schuldig. Du denkst, ich bin kruel, kalt? Assume, was du möchtest. Aber ich bin eine Mutter, die ihr Kind lange, lange vorhin verletzt. Eine Woche vor. Nein, sechs Tage. Right before this latest, this last ill-advised desert-excursion. I saw him when he picked up his camping gear. Okay. Danke für die Aussage. Wo waren Sie, nachdem Derek Hardy abgereist war? Here at home working. I have an office here. War an diesem Tag noch jemand anderes anwesend? Lou Astor war er. Er ist ein Kontraktiker, der für mich viel Arbeit für mich über die Jahre. Richtiges habe ich ihn zu Derek und seine Wälder gezwungen. Aber als Herr Astor bei dem Tag stoppt, hat er gesagt, dass er von ihnen getötet wurde. Der Kontraktiker war weg, als der Derek hier stoppt. Wie war Derek Hardy's Ere? Können wir Ihre Fingerabdrücke haben? Stört es Sie, wenn wir einen Ihrer Zigarettenstumme mitnehmen?